Yo, yo, yo! Herzlich Willkommen zurück bei Sprechen 2, Nikuki und einer neuen Runde mit dem entweder Gretchenkanal oder Korallenviertel. Wir sind immer noch in derselben Session. Wir suchen wieder acht neue Leute mit dem aktuellen Rap des Tages. So, wir haben CST, E.H. oder IH, IH, was immer das heißen soll. Da werde ich den ganzen Abend drüber nachdenken. Echo oder Echo, TM. Alex Pine, Halloween. Halloween finde ich super. Und Nikuki, wer das wohl sein mag. So, zwei Leute fehlen noch. Ähm, beid euch mal. Ich will hier, ich will spielen. So, wir können ja so lange ein bisschen die Musik tief machen und noch einen Rap hinzufügen. Hurra! Yo, okay, ich denke, das gleiche jemand joint. Siehst du? King XYZ ist hinzugekommen. Eigentlich ist das Sternchen King, Sternchen XYZ. Oh, ich bin so gespannt, wie wir zusammengemaschert werden. Ich tippe auf Halloween ist in meinem Team, dann jetzt da unten dieser russische Name und dann CST. Das wird bestimmt so sein. So, ich bin türkis, großartig. Türkis bin ich nämlich immer, wenn ich gewinne. Oder DC. So, King. Äh, ich... Wahrscheinlich alles falsch. Okay. Aber ich glaube, der russische Mensch ist bei mir. Hier war diese Lücke. Da muss ich mich immer aufpassen, dass ich da nicht reinfalle, weil ich da ständig reinfalle. Also, was ist ständig? Aber so ein, zwei Mal bin ich da auch schon reingefallen. So, ich gehe einfach hier rum. Die anderen greifen schon mal an. Können sie ja mal machen. Da habe ich jetzt nichts gegen. Das ist in Ordnung. Hier will ich auch hoch. Wo sind die denn? Irgendwas geht da, was ich noch nicht so mitbekommen habe. Aber egal, ich mache mal hier erstmal die, äh, Platze-Türkis. Guck mal, hier geht es schon wieder los. Wir smaschen einfach mal. Oh, okay. Aber ich habe Halloween mitgenommen, glaube ich. War ich das etwa? So, keine Ahnung. Das ist doch ganz schön. Guck mal, hier können wir noch nicht so flott rum. Da müssen wir noch mal ein bisschen einklexen. Oh, was hat denn da rumgesucht? Ach, cool. So, das war ein Motivations-Cool für den. Äh, leider musste ich dafür stehen bleiben. Oh. Okay. Oh, Alex Pine. Cool. Das war so toll von dir. Weißt du was? Ich ignore dich einfach und gehe dafür auf deine Seite. Weil hier kann ich nämlich die Wand hoch und weißt es nicht. So, hier meine ich alles wieder einfach Türkis. Denn das ist die Farbe, die er in muss. Alles andere wäre falsch. Komplett falsch. Einfach völlig daneben. Aus dieser Welt herausgerissen. Ausgerissen und nicht richtig platziert. Oh, was war das? Oh mein Gott. Na, da waren sie aber aggro. Guck mal. Aber wir breiten uns aus wie ein Lauffeuer. Es ist immer noch eine Minute Zeit. Das heißt, noch gar nicht. Sie können auch wirklich zurückschlagen. Und ich erwarte genau das. Wahrscheinlich sind die nicht so schlecht, wie sie tun. Okay. Das ist auch nicht so schlimm. Ich kann die noch einfach weiter ignorieren. Okay. Den konnte ich nicht ignorieren. Halloween. Ich stehe ihn auf unserer Seite. Ist das überhaupt unsere Seite da? Ich weiß gar nicht. Das ist ziemlich nah ran bei uns, finde ich. Aber wir kommen ja immer wieder hierher. Deswegen können wir das ganz schön wegmachen wieder. Und dann kriegen wir auch noch Punkte dafür. Ist das nicht toll? Guck mal. Bringt dir alles gar nichts. Das ist eine Scheiße. Mach doch. Ach, guck mal da. So, nicht mehr viel Zeit. Noch 13 Sekunden. 12, 11, 10, 9, 8, 10. Okay. Hier ist noch ein bisschen violett. Das muss weg. Das muss alles weg. Das ist doch eklig. Guck mal da. Was ist denn das hier für eine Suppe? Bäh. Ich glaube, das war ganz gut. Guck mal, ja. Ah, die hatten bestimmt einen weniger. Die hatten bestimmt einen weniger. So, ich hatte tatsächlich den russischen Menschen und keiner war weniger. Wir haben alle gespielt. Sehr gut. Und wir haben uns echt gut geschlagen. Schöne Runde. Ja, finde ich gut. Noch einen Kampf will ich auf jeden Fall. Aber dann in der nächsten Folge. Au revoir, chérie.